Jawoll, schon wieder. Hakuna Matata! Litt um hier direkt alles. Das ist so kacke. Da war der erste Unfall. Welcher Ansicht war das von euch? Das war ein MPC. Vorne links, wer ist vorne links? Also du bist auf jeden Fall mit dem MPC zusammengestoßen. Nein, 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 das war, warte, ich seh den gleich. Das war ich. Das war dein Porsche-Fahrrad. Ja, okay. Wow, Raudi. Also du bist ganz gemütlich am Fahrrad so, weißt du, wie so nah als Oma auf der Landstraße. Da kommt so'n asozialer. Ja, ja, da kommt so'n Wunsch. Ja, wir fahren diesmal vernünftig. Ja, alter. Da oben. Im Leid. Digga. Oh, du Mann. Ah, ne, Mann. Wie falsch mit euch? Was hast du euch gezeigt? Ja, aber es ist falsch mit Wanderchen, Junge. Nee. Was ich? Digga. Ich wollt' dir wieder vorbei, alter. Ja, wir vorbei. In der Kurve, Junge. Seid ihr alle hinten? Ja, hinter dir. Alter, mein Motor ist defekt. Ja, zurecht. Ja, zurecht. Ich glaub' ich hab' auch'n Reifen kaputt. Ja. Ach, nee, alter. Ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Kann man in die Box fahren oder so? Keine Ahnung. Ja, bestimmt. Ja, den Reifen wechseln, Junge. Ja, das ist doch weiter. Junge, das ist total ist schon an. Ich, Junge? Darf ich einfach vorbei? Oh, Mann. Ich spür' doch ein Ruckeln, ey. Oh, mein Fahrrad. Was hast du für eine Strecke aus? Du bist ja voll da, oder? Ja. Mein Auto ist total scharf. Wenn das mir geht. Du bist mir in dein Gefahr. Der mich links nicht durchlassen wollte. Rechts war Kevin, Junge. Ja, ja. Käpt'n war vor dir, Junge. Ja, war vorne rechts. Ich wollte links ab dir vorbei angekommen und der schubst mich. Boah. Ich hab' gar nichts gemacht. Nein, Eddie. Achso, okay, ja. Eddie, ja. Eddie, ja. Ja, versteh' ich. Weißt du, du sag' fair fahren und dann haut er mich da. Ich bin fair gefahren, du nicht. Lüge nicht. Ich wurde direkt in den Sandwich am Anfang genommen, als. Ja, aber das war Arthur, das war echt nicht. Da hab' ich nichts mit zu tun. Das war Arthur, ja. Das war der Buster. Amigo, hast du keine Gänge mehr, oder was? Nee. Ich lass' nicht vor, ich wusste, dass du nicht da bist. Ich muss mal wieder was vor. Ich hier wollte Wallachy überholen, links. Ja, ja, der ist gemeingefährlich. In dieser Schikane da. Das ist ein Xbox-Spieler. Ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Weißt du, die ganze Zeit fair spielen? Fair spielen? Ich spiele immer fair. Das war's für jemanden. Ja, ja. Ja. Er spielt den Xbox. Oh, meine Lenkungsarsch. Ich. Eddie. Das war's für mich. Oh, doch. Ich bin fertig. Ja, ja. Hast du jetzt selber demoliert. Ja, klar. Genau hier bin ich gestorben. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Der ist voll schwer zu überholen. Leicht total schade. Ja, leicht. Ja, leicht. Okay, muss halt auf die richtige Stelle warten, ne? Irgendwer, Arto, ist auch total schade. Du kannst halt nur an zwei, drei Stellen hier. Ja, ist's. Da geht dein Zeitraum. An der Graten. Wo ist's? Komm's halt. Wart 4 durch. Oh, fast die. Oh, nein. Was. Glaub ich. Wirklich. Du hast ein Loch. Dieser will nicht mehr. Meiner. Tur. Tur. Ich kann nicht mal gerade lenken jetzt mehr. Jetzt ist ganz vorbei. Immer noch, siebter kevin oder? Sechster. Ein, zwei streichen. Ein halten, wie geht's? Ja, da bist du. ich bin schon ich habe keine überholt diese wie geht es Hey, die ist, äh, Sechster, die ist in der Falle, ich bin 17, 18 Der hat aber ziemlich einen Vorsprung, ja, ja Sorry, ah shit, aber das ist nicht so perfekt wie deiner Hast du gesehen, oder? Naja, mich hat einer hinten gerammt, da hab ich dich gerammt Äh, wie dein aussieht bei Arthur und Matti, äh Der Boris lauft, der ist aggressiv Oh, mein Auto, oh, mein Auto lenkt nicht mehr nach rechts Jawohl Gar nicht mehr, weil da geht immer nach, oh man Weil bei Arthur ist links defekt, bei Matti ist links defekt Was sieht aus, ey, Mann Oh shit Boah, was hat das denn? Ja, wenn du einmal irgendwo einschlägst, ein bisschen, dann Probe ein bisschen Alex läuft auch nicht mehr, ist super Ich bin immer nach vorne hier Wie der Pferd Wer? Ja, scheiße, du Was ist denn los mit dir? Oh Gott, der lenkt nach dem linken Schluck Der legt grad kaputt Der lenkt gar nicht mehr nach rechts, ne Sonst glaube ich mit Handfernseher zu meinen, ich brauche eine Oh immer Das ist total schade Total schade Ich weiß nicht Also ich überlebe noch Machen wir mal zuschauen Ja, aber Aber hast du nicht lange überlebt hier? Die fahrt ja schon die ganze Zeit mit der linken Seite kaputt, ey Guck mal bei dem, Alter, bei Matti hängt alles, Alter Ja Der ist ja schon die total schaden, auch gleich Ja, was möcht' ich denn alles passieren? Oh, jetzt sieht man nach links, ey Oh, Junge, Junge, Junge Fache mit Handikern Und nicht nur du Der Mati auch Oh, Kevin Erster Das war schlecht 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 Da hat mich jemand gerabt Nein, 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 da hat sich keiner gerabt Stimmt Obwohl nicht alle Es hat sich keiner berührt, Kevin Ne? Du bist ja komplett selber ins Schlittering gekommen Und dann rechts eingeschlagen Ja, kann ich hier stehen Ja Nein, 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 ich hab's ja gesehen Der dich nicht berührt, du bist das nicht Naja, Mati, du warst Ich hab mal gesehen, dass die Kurve kommt, aber dann abgelehnt Ich war für mich Und du bist halt der Vollspeed in die Kurve rein Ja Hat sich ja alles angefühlt Naja, du bist ja selber aus der Kurve geschleitert Das ist aber ne geile Strecke, Junge Die ist echt gut Das macht die Welt nicht Das macht die Welt nicht Nur weil du dich lenken kannst Wär so gut Ja, ich hab mich schon dran gewöhnt Ja, der Mati auch Der sieht auch schon besser aus Wir zahlen bei der letzten Runde Betrug 1,57,2 Wir sind alles krank bei dem, Alter Die ist total kaputt Die Reifen sind durch, Junge Ja, alle Die Reifen sind bei dem durch Aber der färbt mir den Punkt noch Ja, ja Der Motor aber auch weg jetzt? Bei mir war ja nur die Rechte Seite im Arschalter und direkt total schaden Ja, bei mir war auch nur Motor Das war's Hä, ich überruhde hier einen, Alter War ne KI Nooo Das nimmst du auch alles mit Die jede Leitplatte nimmt der jetzt mit Das ist jetzt der Wahnsinn Du hast ja gar nichts Steht, ich komm gar nicht mehr voran jetzt Das bleib ich hängen, das war's glaub ich Ja klar, fahr doch einfach mit dem Rückwärtsland Wo seid ihr denn, Alter? Hinten, Alter Die ganz hinten Ich müsste die doch bestimmt gleich überrunden, oder nicht? Wobei einen... Einen hab ich doch schon überrunden, glaub ich Oh scheiß Xbox Spieler Ja, ich hab grad sogar ne KI überrunden, deswegen Ja, ich auch, das ist so ein blauer Ja, ja Makato, Makato Alter, der hat mich gerammt Ich hoffe nicht, du bist nicht Oh, der Mati ist am Kämpfen Noch Oh, wies Du bist ja noch nicht mehr Fünfte Runde Ich hab dann Egi, Alter Alles Palletti, Alter Nur die Hackshirts zu suchen Marsch Ja, vorne bisschen am wackeln, aber Da sind nur die Da sind nur die Schlaglöcher Ja, ja Auto zu tief 1,56 Beste Routenzeit Oh, läuft's wieder? Nein, war's? Oh, Kevin Oh shit, das war's, ey Das war nicht Ne, noch nicht Eine Sekunde, das geht Oh Gott Durch die eine Sekunde bist du Drei Plätze da hinten oder so Ist okay Ich finde das sind die besten Autos Zum Fahren Also die Autoklassen Also die Autoklassen